Herzlich Willkommen, mein Name ist Tobias Zulauf. In diesem Video erfährst du, wie das perfekte Bewerbungsfoto aussieht. Das Bewerbungsfoto ist meiner Meinung nach eines der meist unterschätzten Punkte im gesamten Bewerbungsprozess. Und wieso ist das so? Und ich kann mir vorstellen, dass du ja sagst, ja, aber ich möchte nicht aufgrund meines Aussehens eingestellt werden. Und dann wieso spielt das Bewerbungsfoto eigentlich so eine große Rolle? Und ich mache dir ein kleines Beispiel, um das Ganze für dich zu veranschaulichen. Und zwar stell dir folgendes vor, du bist Personaler, ich bin Bewerber, ich bewerbe mich bei dir und du erhältst meine Bewerbungsunterlagen. Und ich bewerbe mich per E-Mail, du öffnest die E-Mail und klickst meine Bewerbung an. Was schaust du dir als allererstes an? Ich bin mir sicher, du wirst dir als allererstes mein Foto anschauen und weil wir Menschen einfach so gestrickt sind, wir sind neugierig, wir wollen wissen, wer ist das Ganze und anschließend lesen wir erst, welche Qualifikation hat der und so weiter. Und jetzt kommt das Spannende. Je nachdem, welchen Eindruck du von meinem Foto gewinnst, wirst du den gesamten Lebenslauf, die gesamte Bewerbung anders lesen. Das heißt, wenn ich auf dem Foto eher motivationslos, träge, unsympathisch, arrogant wirke, dann fließt das mit in deine Bewertung ein. Denn wenn du dann den Lebenslauf liest, stößt dann auf eine Lücke im Lebenslauf und sagst, ha, hab ich doch gesagt, der guckt träge, motivationslos, antriebslos, das passt ja komplett ins Bild. Wenn aber jetzt die gleiche Situation ist, du hast ein Bild von mir und auf dem Bild gucke ich ehrgeizig, zielstrebig, sympathisch und anschließend liest du den gleichen Lebenslauf, stößt auf die gleiche Lücke, dann sagst du dir, hä, komisch, das passt ja gar nicht, macht eigentlich so einen professionellen Eindruck, was ist denn da passiert. Und anhand dieses Beispiels siehst du, dass das Bewerbungsfoto elementar wichtig ist. Und über 85% aller Bewerbungsfotos, die ich sehe, sind okay bis schlecht. So, jetzt könntest du vielleicht sagen, ja, meins ist okay. Ja, okay, nur die Frage ist, gibst du dich auch mit einem Job zufrieden, der okay ist? Gibst du dich mit einem Gehalt zufrieden, was okay ist? Und ich hoffe, du sagst jetzt nein und hast den Anspruch, einen guten Job zu bekommen, dann ist es elementar wichtig, dass auch das Foto passend ist und dass du hier nochmal das Ganze, nachbesserst. Und ein gutes Bewerbungsfoto kostet dreistellig, das heißt, ein gutes Bewerbungsfoto kostet um die 100 Euro. Und ich hatte das in meinen letzten Videos gesagt und das hat ganz schön polarisiert, Kommentare darunter, ja, wie soll ich mir das denn leisten? Das kann doch nicht sein, so viel Geld für ein Bewerbungsfoto auszugeben. Und ja, wenn du dich in einem Beruf bewirbst, wo eine sehr, sehr hohe Nachfrage ist, das heißt, in einem Pflegeberuf, in einem handwerklichen Beruf, dann stimme ich dir zu, dann betrachte das, was ich jetzt hier in diesem Video sage, in Klammern, für all diejenigen, die sich dort bewerben, wo eine sehr hohe Nachfrage ist, die sich kaufmännisch bewerben, die sich auf einem akademischen Job bewerben, für die ist das ganz wichtig. Denn es ist einfach so, ein gutes Foto wird in der Regel nicht beim ersten Mal geschossen, auch nicht beim zweiten, auch nicht beim dritten Mal. Und wenn du jetzt zum Fotoladen um die Ecke gehst, wo ein Foto so um die 15, 20 Euro kostet, dann wird der Fotograf der zwei, dreimal drauf schießen und dann hast du ein Foto. Oder noch schlimmer, wenn sich Bewerber in der Jobmesse zwei Stunden lang in die Schlange stellen, um ein gutes Bewerbungsfoto zu ergattern. Auch das kann in der Regel nicht funktionieren, wenn wie gesagt, ein gutes Bewerbungsfoto kostet Zeit und entsprechendes Know-how vom Fotografen. Und für all diejenigen, die jetzt sagen, ja 100 Euro für ein Foto, das ist ja viel zu viel, du möchtest fünfstellig oder vielleicht sogar mal sechsstellig im Jahr verdienen, dann kannst du auch bereit sein, dreistellig, also 100 Euro für ein gutes Bewerbungsfoto ausgeben. Denn wenn du sagst, diese 100 Euro ist mir das Ganze nicht wert, dann wirst du auch an einen Chef geraten, der das gleiche Mindset, die gleiche Einstellung hat und sagt, 100 Euro, 200 Euro mehr Gehalt für den Mitarbeiter, ne, bin ich nicht bereit zu zahlen. Deswegen, auch wenn es oberflächlich klingt, nimm da lieber ein paar Euro mehr in die Hand, ich verspreche dir, es lohnt sich. Wie findet man einen guten Fotografen? Guten Fotografen findet man in der Regel durch das Googlen. Guck dir einfach die entsprechenden Referenzen an, wenn du siehst, das Ganze passt, die Fotos passen, das ist dein Stil, dann mach einen Termin beim Fotografen und dann passt das. Häufige Frage, wie solltest du gucken, was solltest du anziehen? Du siehst ja links mal ein Foto von mir eingeblendet, das ist mein Bewerbungsfoto vor drei Jahren und du siehst auf dem Foto, ich lächle da jetzt nicht besonders, ich bin da jetzt kein Strahlemann, aber das war auch nicht meine Intention. Frag dich, wie möchtest du gerne wirken? Du kannst also für dich selbst entscheiden, wie du gerne gucken möchtest, das heißt, wenn du gerne besonders freundlich aufgeschlossen wirken möchtest, dann guckst du entsprechend, wenn du eher zielstrebig, ehrgeizig wirken möchtest, dann guck entsprechend so. Wie solltest du dich anziehen? Zieh dich so an, wie du auch in das Vorstellungsgespräch gehen würdest. Hier zählt die alte Knickelregel, lieber einen Ticken zu schick als zu leger, das heißt, du hast immer die Möglichkeit, die Krawatte wieder auszuziehen, aber niemals wieder anzuziehen und deswegen lieber, je nachdem, wo du dich bewirbst natürlich, aber dann lieber zu schick. Für Frauen gilt das Gleiche mit Blazer und Kostüm. An alle Frauen noch den Tipp, man hat herausgefunden, dass es möglichst positiv ist, maskulin zu wirken, das heißt, dann alle Frauen einfach die Haare zum Zopf zusammenbinden, die Bluse entsprechend weit hoch zu knöpfen, um auf möglichst viele weibliche Reize zu verzichten. Wichtig ist auch die Position der Nase, das heißt, die Nase soll genau auf der Höhe der Kamera sein, ist die Nase etwas zu hoch positioniert, wirkt es arrogant, ist sie zu tief, wirkt das Ganze devot, aber ein guter Fotograf wird dich auf jeden Fall darauf hinweisen. Schwarz-Weiß oder in Farbe, das kannst du für dich entscheiden, ich persönlich mag Schwarz-Weiß sehr gerne, weil es sehr hochwertig wirkt, aber wenn du Farbe lieber machst, kannst du es natürlich auch so entscheiden. Wichtig, letzter Tipp, dass dein Körper in das Dokument hineinschaut, das heißt, das Foto ist auf dem Lebenslauf immer rechts, sofern du kein Deckblatt nutzt, und dann schaut dein Körper in das Dokument hinein, schaut also nicht nach außen, nicht weg. Bei Xing ist es wieder andersrum, bei Xing ist es so, dass das Foto links positioniert ist, also muss dein Körper von links nach rechts gewandt sein, und das solltest du einfach beim Fotoschießen berücksichtigen. Und wenn du nicht nur das perfekte Bewerbungsfoto haben möchtest, sondern auch noch die passende perfekte Bewerbung, die sogar günstiger ist als das perfekte Bewerbungsfoto, klicke jetzt auf den grünen Button, damit auch du deine Wunschstelle bekommst. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, und wir sehen uns auf der nächsten Seite, hinter dem grünen Button, bis gleich!